Wie so ein Schaufelrad-Bagger baggern wir uns für euch durch das Angebot an kleinen anfängertauglichen DJI-Digitalquads und heute habe ich den iFlight iHD 2 mit dabei und werde den mal auf Herz und Nieren testen. Der iFlight iHD 2 ist ein ähnliches Angebot wie den HG LRC Sektor 132, den wir in einem der letzten Copter-Test-Videos hier auf dem Kanal hatten. Denn er kann auf zwei Arten genutzt werden. Er richtet sich an Anfänger, die ihn sowohl mit Propguards nutzen wollen, also mit so einem Schutz um die Propeller, als auch für Leute, die gerne auch in etwas größeren Umgebungen dann vielleicht so ein bisschen Freestyle fliegen wollen. Man kann ihn dann ohne diese Ducks mit Propellern eine Nummer größer benutzen. Hauptunterschied zum HG LRC Sektor 132 ist allerdings, dass hier alles noch mal eine Nummer kleiner ist. Mit Ducks fliegen wir hier also mit 2-Inch Propellern und ohne mit 2,5-Inch Propellern. Das ist genau ein halbes Inch weniger als jeweils beim HG LRC Sektor und das wirkt sich natürlich in einer gewissen Art und Weise aus. Wenn ihr sehen wollt, wie der fliegt und ob ich den zum Schluss empfehle oder nicht, dann bleibt auf jeden Fall dran. Vorher muss ich jedoch mit euch noch mal ein ernstes Thema ansprechen und das sind Abonnements. Abonnements von diesem Kanal, die sind nämlich komplett kostenfrei. Viele wissen das nicht, aber ihr könnt euch hier bei YouTube einen Account erstellen und dann hier unten auf Abonnieren und die kleine Glocke klicken. Das hat den Vorteil, dass ihr unseren Kanal dann abonniert habt und so immer unsere neuesten Videos seht und benachrichtigt werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Ihr tut uns damit einen riesen Gefallen, weil ihr uns einfach helft, sichtbarer zu werden. Genauso hilft uns jeder kleine Kommentar und jeder Daumen nach oben, den ihr hier unter diesem Video lasst. Jetzt aber zurück zum iFlight IHD 2. Ehrlich gesagt habe ich mich über den schon mehr geärgert als über die meisten anderen Quads, bevor ich überhaupt das erste Mal mit dem in der Luft war. Man kauft sich ja so ein Ready-to-Fly oder Bind-and-Fly, ist eigentlich der technisch richtige Ausdruck. Also ein Copter, den man nur noch binden muss und gleich losfliegen kann, weil man selber keinen Bock hat, an so einem Ding so richtig viel rumzubasteln. Und leider ist beim iFlight IHD 2 genau das Gegenteil auf der Tagesordnung, wenn ihr den erstmal bekommt. Denn man muss ja den Receiver mit seiner Funke binden. Da war ich es in der Vergangenheit von iFlight schon gewöhnt, dass ich da die Top Plate abnehmen muss, um an den Beinknopf von dem Receiver zu kommen. Allerdings hat man diesmal echt den Vogel abgeschossen, weil der Quad kommt mit den Ducks drauf, also in der Konfiguration mit 2-inch Propellern. Und das macht es einem komplett unmöglich, an die Kadex Vista zu kommen. Und jeder DJI Pilot weiß, bevor man mit einem DJI Copter abheben kann, muss man das einmal an die DJI Assistant Software anschließen und aktivieren. Und dafür muss man schon den halben Quad einmal auseinander nehmen. Und das finde ich echt richtig doof. Sorry iFlight, aber das ist echt ein Nachteil und nicht so richtig durchdacht. Zumal für hier hinten den Flight Controller auch so ein kleiner L-Winkel mit dabei liegt, hätte man den nicht auch noch für die Kadex Vista mit hinzutun können. Also irgendwie ist das komplett undurchdacht und ihr müsst wirklich erstmal eine halbe Stunde das ganze Ding auseinander nehmen, um dann damit fliegen zu können. Und das bringt uns auch schon zur Flugperformance mit den 2-inch Propellern mit dem Prop Guard Schrägstrich Duct. Weil ein Duct ist das nicht wirklich. Ein Duct ist immer erst dann vorhanden, wenn etwas trichterförmig ist und so ein bisschen mithilft, besseren Schub zu haben. In diesem Fall ist das eher ein Prop Guard und die Flugperformance mit diesen 2-inch Propellern, die ist wirklich verbesserungswürdig. Also das ist gar nicht für Anfänger gedacht. Es ist sehr schwer, den damit zu fliegen. Er lässt sich sehr schwer handhaben, ist richtig biestig. Mir hat das überhaupt gar keinen Spaß gemacht, den mit 2-inch Propellern und den Duct zu fliegen. Ich würde wirklich, wenn ihr euch für den entscheidet und den kauft, plant es hauptsächlich in dieser Konfiguration einen zu nutzen. Mit den 2,5-inch Propellern und eben ohne Duct, weil mit den kleinen Propellern macht das einfach keinen Spaß. Dafür ist er zu schwer. Es ist schwierig, den Hand zu haben. Es ist wirklich nur, wenn man das unbedingt braucht, weil man keine Menschen oder Gegenstände verletzen möchte und so ein bisschen irgendwie im eigenen Garten mal rumhofern möchte. Aber dazu muss man auch sagen, das Umbauen zwischen den beiden Konfigurationen ist genauso wie beim LG LSC Sektor auch schon nicht so einfach. Ihr müsst alle Motorenschrauben lösen, weil die DAX zwischen Motor und der Carbonplatte befestigt sind und dann müsst ihr das mit anderen Schrauben, die eine andere Länge haben, wieder festschrauben. Die ganze Aktion dauert, selbst wenn man geübt ist, eine Viertelstunde und nervt total. Also diesen Marketing-Effekt, dass man sagt, hey, den Kopter kannst du so und so nutzen, plant das mal nicht mit ein. Das werdet ihr nie machen, das wird nie einer regelmäßig hin und her bauen, also da hätte ich gar keinen Bock zu. Ist aber auch nicht so schlimm, denn in dieser Konfiguration mit den 2,5-inch Propellern macht er richtig Spaß und da gucken wir jetzt mal in den Flug rein. So, ich lasse die Kamera wie immer mitlaufen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was der Kurze hier für eine Geräuschkulisse verursacht. Denn auch das ist ja immer ein wichtiges Thema. Was verursache ich damit für ein Aufwand, äh, für ein Aufsehen, ja? Ich bin jetzt hier natürlich auf dem Unicampus und möchte möglichst wenig Aufsehen erregen, was mir glaube ich auch ganz gut gelingt, denn so laut ist er nicht. Es ist sehr windig, also wenn ihr hier gleich so ein bisschen Yellow seht im Bild, das liegt auch wirklich daran, dass es doch sehr windig ist. Also es herrscht eine steife Brise hier, sowas hier wie eben, das kann durchaus dann auch am Wind liegen. Mit Ducts haben wir übrigens eine Flugzeit von vier Minuten. Wenn ihr so ein bisschen mit der 2-inch Duct-Konfiguration durch den Garten hovern wollt, dann landet ihr bei etwa zwei Minuten, dann landet ihr bei etwa vier Minuten Flugzeit. Das kann jetzt hier, wenn man so ein bisschen aggressiver fliegt, äh, weniger werden. Ja, also hier, das ist schon dem Wind geschuldet, dass der jetzt hier so ein bisschen jitterig ist. So schlecht ist der nicht getunt ab Werk, im Gegenteil. Bei kompletter Windstille, die sich hier in Norddeutschland leider sehr schwierig replizieren lässt, ist das ein sehr gut getunter Kord. Aber natürlich müsst ihr damit rechnen, je leichter die Dinger sind, desto anfälliger sind sie für irgendwelche Windkräfte. Soeben kam die erste Akkuwarnung, ich fliege einen Tato 450 mAh hier drauf. Zwei Minuten Flugzeit haben wir jetzt drin, aber wir drehen ihn nachher natürlich auch oft komplett aus, darf man nicht vergessen. Das ist übrigens ein Betaflight 4.1, was hier ab Werk ausgeliefert wird. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob RPM-Filter aktiv sind oder nicht. Habe ich nicht geguckt. Der Current Sensor scheint aber ganz gut kalibriert zu sein. Und da ist wir dann sehen, dass wir seit 60er Jahren nicht mehr abfahren werden können. So, jetzt sinkt die Voltage zu sehr ab, ist der Akku schon zu sehr am Ende. Das waren jetzt, nicht drauf geachtet, in etwa drei Minuten, glaube ich. Ja, also ich finde, der fliegt richtig geil, das macht richtig Spaß. Ich denke mal, mit dieser zweieinhalb Inch Propeller-Konfiguration könnte man da sogar zumindest eine Naked GoPro drauf machen oder eine GoPro ohne Akku. Sogar das würde gehen. Der hat gut Power, man merkt, da hat sich einer über dieses Antriebskonzept Gedanken gemacht. Ich mag diese EMAX Avant-Propeller eigentlich nicht so gerne, weil die eine sehr hohe Steigung haben, ein hohes Eigengewicht haben, normalerweise nicht so responsive sind. Auf diesem Setup hier gefällt es mir allerdings wirklich sehr, sehr gut. Und was ihr hier gesehen habt, ist nicht irgendwie von mir getunt, sondern das ist der Stocktune. So kommt der. Hier ist es sehr windig, ihr merkt das vielleicht. Also ihr könnt damit selbst bei Wind mit ordentlich Power richtig schön fliegen. Wirklich, dem steht nichts im Wege, damit sehr, sehr gute Performance zu haben. Und ich kann den, so wie er ist, sehr gut empfehlen. Ob ihr euch den kaufen wollt, das müsst ihr auch so ein bisschen vom Preis abhängig machen. Ich würde, weil größere Propeller immer besser sind, den HDLRC Sektor 132 vorziehen. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen billiger. Über Preise rede ich in solchen Videos ungerne, weil das einfach eine Sache ist, die sich täglich ändert, was da wo im Angebot ist. Also guckt euch das an. Ich habe beide Copter nochmal unten unter dem Video verlinkt. Und ich hoffe, die Videos, die wir so machen, die können euch in dem Dschungel der Ready-to-Fly DJI-Copter so ein bisschen weiterhelfen, da für euch einfach die richtige Wahl zu treffen. Wenn wir euch da helfen konnten, cool, vergesst dann bitte nicht ein Abo dazulassen. Kommentiert auch unten mal, welchen ihr besser findet. Ob ich vielleicht was übersehen habe an einem der Copter, wo ihr sagt, ey, nee, ich kaufe mir den iFly jetzt schon aus dem und dem Grund. Dann lasst mir da auf jeden Fall auch einen Kommentar da, damit ich mal weiß, was für euch einfach wichtig ist bei solchen Coptern. Und ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.